Wir stellen euch jetzt das Projekt von Browspark vor. Im letzten Sommer hat es angefangen, eine ganz gemütliche Panelrunde unter Kollegen. Schnell ist die Ambition gekommen, wir wollten besser werden. Aber Trainingsmöglichkeiten fehlen. Aus diesem Grund wollen wir die eigene Halle realisieren, damit wir fixe Trainingszeiten haben und den Sport auch in der Region voran bleiben können. Für das brauchen wir jetzt eure Unterstützung. Wir möchten euch Padelfreunden nicht nur eine Halle bieten, die ihr trainieren könnt. Nein, wir wollen den Vereinsgedanken pflegen und aufleben lassen. Damit wollen wir eine Gemeinschaft bilden, die Freude am Sport und auch am persönlichen Austausch hat und das an Turnieren, Grill-Events oder auch bei einer lockerer Runde Paddel erleben kann. Ciao zusammen, ich bin Raffi, ich spiele seit 25 Jahren Tennis und Paddel ist der perfekte Ausgleich. Es ist ähnlich wie Tennis, nur mit Wände. Wenn ihr mehr wissen wollt, kommen wir zu uns und wir zeigen euch, wie es geht. Danke vielmals für die Unterstützung. Ciao zusammen. Wir hoffen, dass eure Unterstützung bei uns einschlägt. Bye! Von Frönen gut? Ah, es geht nicht.